Musik 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 Neben den traditionellen Sommerkonzerten, veranstaltete die Big Band im April 2013 ein Doppelkonzert mit einer der besten Schüler Big Bands Deutschlands. Der Big Band wäre in Boston. Musik Die Gärdner Band füllte die erste Hälfte mit viel Jazz, zudem Pop, und ein Blues von Nora Jones. Abgerundet wurde der Abend durch anspruchsvolle Arrangements der Berend-Bosna-Big-Band, wie hier Michael Bublé, oder den Andrew Sisters. Untertitelung des ZDF für funk, 2017